Und dasselbe kann ich jetzt quasi auch mit der Kohle veranstalten. Und zwar wäre es doch eigentlich sinnvoll, einfach hier die nächsten Splitter oben drauf zu stellen. Das mache ich jetzt mal direkt. Ähm, wobei ich sagen muss, ich brauche vorher erstmal, ich brauche vorher erstmal einen normalen Splitter noch. Weil, ich muss diese 240 ja aufteilen. Oh, mein Ohr schmerzt. Hm, okay, so, also. Also, wenn ich jetzt 240 durch 3 teile, was kommt da raus? 80. Ja gut, das bringt mich nicht wirklich weiter. Also, die Kohle wird hier in 2 Teile geteilt. So wie ich das mit dem Eisen gemacht habe, hier. Ähm, warte. Ich brauche also hier oben drauf noch einen Splitter. So, und ich brauche hier rauf einen Splitter. So, jetzt muss ich nochmal gerade gucken, warum. Damit ich in diese 3 da, das reinlaufen kann. Das hier ist ein Fusionator, ne? Ja. Oh Mann, ey. Also, warte, wir machen das anders. Und zwar brauche ich vorher... So. 1, 2, 3. 2, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10. so warte mal dafür brauche ich jetzt so jetzt haben wir hier 120 40 40 40 so wie das sein soll und das ist ein fusionator der splitter ist hier hoch da so so 40 40 und dann brauche ich noch nen splitter 40 gut okay dann brauche ich diesen splitter hier warte pass auf ich mache da oben ich stelle da oben jetzt noch nen fusionator oben drauf ach so genau hier kommen 40 an teile ich auf durch 20 ich muss das ding mal ein bisschen drehen also es war ein fusionator so 20 durch 20 die 20 hier reinlaufen lassen so und in diesen fusionator da mk2 also 120 werden hier aufgeteilt durch 2 sind warte mal irgendwas mache ich hier falsch 120 da so also mk2 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 also die 120 gehen hier rein wandern darüber werden dort aufgeteilt wenn das hier aber zurückkommt dann sind das keine 120 mehr sondern 140 das heißt da muss sogar das förderband mk3 rein so 40 und 40 40 durch 2 weil hier wird ja noch ein noch ein zweiter früher oder später reingehen wäre ja eigentlich dann sinnvoll dort noch so ein fusionator hin zu bauen das soll dann da hin wandern so und von da da rein sind ganz normal die 120 20 so 40 40 41 41